Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von I am Innocent. Wir müssen jetzt mittlerweile Folge 11 sein und wir erinnern uns, ich musste hacken. Wir bekommen eine Nachricht von ID2460. Wie ich sehe, machst du Fortschritte. Alles läuft nach Plan. Sobald ich sehe, bleibt nicht mehr viel Zeit. So, wir fragen, warst du das mit den Seilen oder ich hoffe, du wirst niemanden verletzen. Wir fragen mal, ob er das mit den Seilen war. Ja, sie ist. Meinst du beim Haus deiner Freundin? Das ist eine Nachricht an dich und dich davon abzubringen, um die dich davon abzubringen, mir nachzuspionieren. Solange du mit niemandem sprichst, mit dem du nicht sprechen sollst, wird niemandem etwas geschehen. Ich bin kein Killer. Ich habe diese Teenager nicht getötet. Aber was dieser Mann getan hat, sollte mit dem Tod bestraft werden, nicht wahr? Du weißt, dass ich recht habe. Aber das Gericht ließ ihn gehen und er ist bereits auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. Warum ich? Und was kommt als nächstes? Ich frage, warum ich? Vielleicht weil wir die... Gott hat dich als Richter auserwählt. Es geht nicht um Rache. Irgendwann wirst du es verstehen. Was willst du von mir? Lass ihn einfach gehen. Ich habe nichts damit zu tun und ich will nichts damit zu tun haben. Wir wissen, was der von uns will. Lass ihn helfen, ne? Du musst dich über den Finch-Fall informieren. Allein. Ich gehe und starte ihm einen Besuch ab. Bis bald. Denke daran, noch sieben Tage. So, wer schreibt als nächstes? Freacher. Also, den Computer meines Freundes Stanley durchstöbern. Echt? Jetzt schon? Okay. Weiter geht's. Es ist gehackt. So, wir haben es abgeschlossen und wir sehen Chat. Creature. Also, den Computer meines Freundes Stanley durchstöbern. Ja, ich schicke ihnen den Finch-Fall. So, jetzt kommt unser gehacktes. In Ordnung. Ich sehe es mir gleich an. Creature ist offen. Ich weiß nicht warum, aber bei dem Spiel war das jetzt auch irgendwann mit... Also, den... Also, man hat es auch an der Uhrzeit gesehen da oben, ne? Da war ich noch nicht mal fertig. Ich war tatsächlich erst jetzt gerade fertig. In Ordnung. Der wesentliche Punkt ist, dass Finch zum Zeitpunkt des Mordes an Sonja Blum mit seiner Tochter Tiana ein Telefongespräch führte. Sie hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einer anderen Stadt auf. Hier ist ein Ausdruck von der Telefongesellschaft. Gucken wir uns doch mal an. Die Telefonnummer am fünften März, neununddreißig und fünf Sekunden. Oh, 21.30 Uhr ist es aus. Eine Minute zwanzig. Okay. Sanja Blums Todeszeitpunkt lag, wie Sie wissen, zwischen 21 und 23 Uhr. Wo liegt dann das Problem? Fragen wir. Die hier angezeigte Zeit des Andros ist die Ortszeit der Stadt, in der Tiana sich aufhielt. Sie war in einem anderen Land, mit vier Stunden Zeitverschiebung. Bei Finch war es zu diesem Zeitpunkt, also 17 Uhr. Ah, ich verstehe. Ich dachte, es wäre offensichtlich. Das Gericht hätte sehen sollen, was nicht in Ordnung war. Aber das Gesetz ist das Gesetz. Die einzige Rechtfertigung ist, dass dieser Hurensohn einfach krank ist. Und damit meine ich nicht, dass er ein Psychopath ist. Echte Psychopathen sind sehr gut darin vorzutäuschen, dass sie entweder gesund oder vollkommen psychotisch sind. Es gibt einen Unterschied zwischen Psychopathen und Psychotikern. Das wusste ich auch nicht. Für mich sind das okay. Und schon lernen wir was dazu. Psychopathische Killer haben einfach keine Gefühle. Aber sie haben sich voll unter Kontrolle, sind voll zurechnungsfähig. Sie verdienen Bestrafung und keine Behandlung. Sie sind imstande, professionelle Psychiater hinter sich zu führen. Im Jahr 1972 bestand Edmund Kempner erfolgreich eine Reihe von Tests, wurde von der Ärztekommission als ungefährlich eingestuft und auch den Polizeiakten gelöscht. Als er zwei Jahre und acht Leichen später gefasst wurde, gestand er, am Vorabend des Treffens mit den Ärzten ein Mädchen zerstückelt zu haben. Er hatte ihren Kopf in seiner Tasche bei sich, während er die Tests durchlief. Er sah ihn sich sogar nochmal an, bevor die Tests begannen. Doch die Ärzte bemerkten nichts Auffälliges an seinem Benehmen. Sie erklärten ihn für ein geistig und körperlich gesundes Mitglied der Gesellschaft. Aber wenn er kein Psychopath ist, kann er sich nicht kontrollieren, richtig? Stimmt, das war in den anderen Hackspiel auch. Es war ein Psychopath, der sich kontrollieren konnte. Glaube ich, ne? Richtig. Dann ist er psychotisch. Er tötet impulsiv. Das ist eine andere Art von Psychopath. Die sind wirklich krank. Aber um in Bezug auf Finch sicher zu sein, müssen sie das Material zu diesem Fall studieren. Ich kann ihnen eine Liste der Dinge beschaffen, die Finch bei seiner Verhaftung bei sich trug. Aber ich brauche noch einen Gefallen. Soviel ich weiß, hat sich meine Tochter online mit einem 18-jährigen namens Fred unterhalten. Aber sein Schreibstil legt die Vermutung nahe, dass er viel älter ist. Ich brauche seinen echten Namen, um ihn in unseren Datenbanken zu finden. Schaffen sie das? Ja. Wir müssen hacken, ne? Abgemacht. Ich sammle noch immer Material über Finch. Und übrigens, die Visitenkarte des Killers beweist, dass er ein Psychopath ist. Vielleicht noch irgendwas Schönes? Nicht? Schade eigentlich. Neues Netzwerk verfügbar. Und die benötigen Informationen zu erhalten, musst du es zuerst hacken. Suche nach Passwort. Richtiges Passwort. Willkommen bei Freds Computer. Okay. Ich entscheide mal, wenn ich die beiden Videos zusammengeschnitten habe, was die Länge sagt. Oder ich mache dann beim nächsten Mal einfach neu weiter. Wenn ich die Zeit für okay empfinde. Oder wir machen einen dritten Teil daraus. Ich werde mal gucken. Also, wenn sich jetzt nichts mehr kommt, dann bye-bye. Und wenn noch was kommt, dann willkommen zurück. Ab geht's in den Chat. Ich gehe zuerst wieder zu dieser ID-Nummer. Ich habe dich ausgewählt, weil ich weiß, dass du eine Schwester hast, die verschwunden ist. Was würdest du tun, wenn das Schicksal ihres Mörders allein in deinen Händen läge? Und wenn du wüsstest, dass ihn das Gericht freisprechen könnte oder aus dem Gefängnis fliehen könnte? Ich bin nicht sicher, dass das hier getötet wurde. Darauf werde ich nicht antworten. Das ist schwierig. Ich werde darauf mal nicht antworten. Mal gucken, was er mir noch zu erzählen hat. Er hat's gelesen. Achso, ist offline. Okay. Kann ich ja lange warten. Ah, okay. Er versucht, dich zu manipulieren. Das macht ein guter Schauspieler ihm. Er ist ein Psychopath, frei von jeglichen Emotionen. Er liebt es, Spielchen zu spielen. Wie kannst du so sicher sein, dass er schuldig ist? Was, wenn er nur ein Opfer der Umstände ist? Ich will wissen, warum derjenige denkt, dass er schuldig ist. Er kannte sie alle. Er verfolgte sie. Er beobachtete sie. Wie ein Raubtier seine Beute. Offline. Und wir schreiben nichts. Hm. Sorry, ich muss kurz gucken, ob es aufnimmt. Äh, ja. So, hier ist Tiana. Okay. Wie läuft das mit deinen Ermittlungen? War der Kontakt, den ich dir gegeben habe, hilfreich? Ja, aber einige Dinge sind mir noch nicht klar. Ja, hat er. Ich denke, dein Vater ist ein Serienmörder. Nein, das schreiben wir natürlich nicht. Ich hoffe, du verstehst, warum das Gericht ihn gehen ließ. Hm, sicher sind wir uns nicht, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der so viele Schmerzen ertragen musste, jemals einen anderen wehtun könnte. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Das passiert, wenn die Psyche eines Menschen in einem kritischen Ausmaß beschädigt wird. Ich schätze, du hast recht. Wir stimmen erstmal zu. Wir machen erstmal so hier, ne? Einen auf. Na, ich. Ja. Ja, zu. Ich war direkt vor der Verhaftung bei ihm. Nur wenige Tage zuvor. Ich suchte zwischen seinen Papieren nach einem Dokument und fand das hier. Ich habe es mit meinem Handy fotografiert. Oh. 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 Nicht gut. Weißt du, was das ist? Ich habe eine ganz gute Vorstellung. Großer Gott, wer hat das getan? Okay, sie fragte ja jetzt, ob wir wissen, was es ist. Wir schreiben jetzt, ich habe eine ganz gute Vorstellung. Auf das andere gehen wir erstmal nicht ein. Das sind die Hände meines Vaters, als er 10 Jahre alt war. Was? Das Foto wurde von einem Nachbarn gemacht. Er zeigte es der Polizei, aber die meinte nur, das sei eine Familienangelegenheit. Wow. Und manchmal müsste man Kinder eben etwas härter anfassen. Das ist monströs. Aber Fins Adoptivvater wurde also nie bestraft? Das fragen wir. Ich fand jetzt aber nicht, dass das Foto aussah wie bei einem 10-Jährigen. Also nicht wirklich. Ja, natürlich. Ich erzähle dir morgen von ihm. Überleg doch mal, wie ein Mann, der das alles durchgemacht hat, jemals jemanden töten könnte. Ich werde nie glauben, dass er zu so etwas fähig wäre. Und wenn du nur einen Tropfen Menschlichkeit in dir hast, wirst du das auch nicht. Tschüss. Okay, 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 okay. Tagebucheintrag Die Zusammenfassung Was hat sich heute ereignet? Stella fand ein Seil vor der Tür und der Entführer gab zu, selbst dahinter zu stecken. Creature erklärte, weshalb Fins zweites Alibi nicht funktioniert. Sammle drei Sterne zum Fortsetzen. Internet. Okay, wir müssen hier weitermachen. Gut. Diesmal wird es dann tatsächlich eine neue Folge geben. Ich bin gespannt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Fries Computer weiter durchstöbern. Also wieder drei Sterne. Und dann werde ich natürlich dementsprechend mit einer neuen Folge starten. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, aber es war jetzt noch nicht so viel angesammelt. Und da habe ich mir gedacht, ach ne. Das lohnt sich nicht für eine Folge. Aber jetzt würde ich dann sagen, starte ich direkt mit einer neuen. Auf jeden Fall Dankeschön wieder fürs Einschalten. Ich bin gespannt, wie es sich hier weiterentwickelt. Daumen hoch, nicht vergessen. Oder einfach auch mal an Freunden schicken, die diese Playlist vielleicht auch gerne verfolgen möchten. Und ja, sage ich erst mal wieder Bye Bye und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Das ist ein Schaaf. Doppelig. Obwohl nicht so lange nicht so lange nicht so lange nicht so lange, Und wenn wir so gerne haben, dann können wir jetzt, dass wir dann noch einmal kurz vorlesen. Und wenn die Nacht noch lange nicht so 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 lange nicht.